Sehr geehrte Damen und Herren, Partner und Freunde des VDE, liebe VDE-Mitglieder und Unternehmen. Ich lade Sie herzlich ein, mit mir auf das Jahr 2022 aus Sicht des VDE zurück zu blicken. Wir hatten auch in diesem Jahr wieder eine große Auswahl an Themen, Veranstaltungen und natürlich interessanten Inhalten. Somit, wie immer, können die hier ausgewählten Themen und Highlights wirklich nur in Teilen das Jahr widerspiegeln. Aber zusammen mit ihren eigenen persönlichen Erlebnissen und den Bildern ihrer Erinnerungen wird daraus unsere lebendige Geschichte und die des VDE im Jahr 2022. Mit unserer gemeinsamen Mission, eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft zu gestalten. Gerade der persönliche Austausch hat eine ganz besondere Qualität, Innovationen und Ideen voranzutreiben. Das beweisen die hohen Teilnahmezahlen an unseren über 150 VDE-Veranstaltungen, die endlich wieder in Präsenz oder als hybride Formate in ganz Deutschland stattfinden kommen. Die Kombination von Vorträgen, Panel-Diskussionen, hochrangiger Expertinnen und Experten mit den anschließenden, auch individuellen Gesprächen, das ist ein, eigentlich das Erfolgsrezept für unser gelingendes Netzwerk. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich auch persönlich an vielen Veranstaltungen aus den VDE-Regionen oder auch natürlich der Fachgesellschaften mitwirken durfte und mich mit ihnen habe austauschen können. Hier alle zu nennen, würde leider diesen Rahmen sprengen, kann ich mich auch nicht immer daran erinnern. Aber wir vom VDE haben beispielsweise auf der Hannover Messe unsere Botschaft zu einer beschleunigten Energiewende persönlich an Wirtschaftsminister Habeck adressiert und diese auch in der hybriden Pressekonferenz zur Versorgungssicherheit auch mit internationaler Beteiligung des MIT in Boston formuliert. Eine zentrale Rolle der Energiewende spielt auch weiterhin der schnelle Markthochlauf für grünen Wasserstoff. Mit dem Format des VDE Hydrogen Financial Dialog zusammen mit der Messe Nürnberg war der VDE auch in diesem Jahr wieder Brückenbauer, den Investoren und Projektentwickler gerade in der Wasserstoffwirtschaft brauchen verlässliche Qualität und Standards. Wie wichtig eine schnelle Energiewende ist, hat neben der Klimaerwärmung leider auch der am 24. Februar gestartete Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gezeigt. Tod und Leid unzähliger Menschen und die brutale Zerstörung von Häusern und der Infrastruktur sind unmittelbare Auswirkungen des Krieges. Auch unsere Energieversorgung ist in der noch bestehenden Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen gefährdet. Nicht zuletzt durch drastisch gestiegene Preise ist der Krieg damit quasi in jedem deutschen Haushalt angekommen. Damit gilt jetzt noch deutlicher als zuvor, wofür wir im VDE uns seit langem einsetzen. Eine beschleunigte Energiewende ist das A und O für eine günstige, unabhängige und sichere Energieversorgung. Und Resilienz wird damit einen ganz anderen Stellenwert als noch in der Vergangenheit erhalten. Das gilt für die Energieversorgung im Allgemeinen und für die gesamte kritische Infrastruktur aller Sektoren im Einzelnen, egal ob Energie, Kommunikation oder auch Wasser. Und das gilt, alle unsere Planungsgrundsätze müssen wir leider vor diesem Hintergrund nochmals kritisch anschauen. Eine wichtige Rolle für die Energiewende spielt der Netzausbau. Auf der Netzcon und mit der Roadmap zum Klimaschutznetz bis 2030 zeigt der VDE konkrete Lösungswege zum beschleunigten Um- und Ausbau der Stromnetze. Das betrifft auch die Mobilität. Wir brauchen den schnellen Ausbau der Wasserstoff- und Ladeinfrastruktur, insbesondere für Nutz- und Schienenfahrzeuge und haben auf der VDE E-Mobility Conference in Frankfurt die Herausforderungen des batterieelektrischen Antriebs intensiv diskutiert. Zur Beschleunigung der Energiewende hat der VDE in diesem Jahr zudem weitere strategische Partnerschaften aufgebaut. Beispielsweise mit Munich Re im Bereich PV, Photovoltaik, mit EU-Fördergeldern im Innovationsnetzwerk namens Smash für die dezentralen Energieanwendungen in Schleswig-Holstein oder als neues Mitglied bei der Non-Profit-Organisation Hydrogen Europe. Auch Normen und Standards helfen den Klimawandel zu bekämpfen. Auf dem VDE DKE Innovation Campus zeigte sich der VDE gemeinsam mit dem Dean als Wegbereiter der All Electric Society mit Energie ausschließlich aus regenerativen Quellen. Digitale Prozesse und Effizienzsteigerungen erfordern zudem maschinenlesbare Normen. Auch hier ist eine internationale Zusammenarbeit elementar. Und Internationalität gilt natürlich auch für den Bereich der künstlichen Intelligenz. Wir im VDE haben beispielsweise mit KITK die Grundlage für eine europäische Standardisierung von KI-Tests und Trainingsdaten geschaffen. Wir entwickeln ein AI-Trust-Label unter anderem mit einer deutsch-französischen Allianz. Auf dem AI Quality Summit in Frankfurt haben wir mit internationalen Partnern die Herausforderungen an eine sichere und verlässliche KI und ihre Daten ausgearbeitet. Hierzu werden wir in den nächsten Monaten sicherlich noch viele weitere Errungenschaften sehen. Nicht nur nach den Ergebnissen der VDE Arbeitsmarktstudie beschäftigt uns im VDE ein Thema besonders. Wir brauchen für all diese Herausforderungen und natürlich tolle Themen junge Menschen und langfristig gut ausgebildete Fachkräfte. Deshalb haben wir auch in diesem Jahr wieder unseren Mikrochip-Wettbewerb Invented Chip durchgeführt. Die Siegerinnen und Sieger haben wir im Rahmen des Microelectronics for Future Summit im Futurium in Berlin geehrt. Persönlich habe ich mich sehr gefreut, die unglaublich engagierten und auch fachlich unglaublich überzeugenden Schülerinnen und Schüler kennengelernt zu haben. Dieser Nachwuchs dort bereitet mir überhaupt keine Sorgen. Allerdings schon die Zahl der MINT-Interessierten in unserer Gesellschaft. Da laufen wir in der Zukunft in ein echtes quantitatives Nachwuchsproblem hinein. Natürlich hatten wir auch 2022 den Tag mit der Maus im VDE- Prüf- und Zertifizierungsinstitut und viele regionale Angebote für Kinder und Jugendliche. Wir freuen uns, dass so viele Studierende an unseren Veranstaltungen teilgenommen haben. Zudem haben wir wieder unzählige Preise an den engagierten Nachwuchs vergeben. Beispielsweise die Bayern Awards für Nachwuchswissenschaftler, Start-ups und auch MINT-Engagierte Schulen. Oder auf dem ITG-Hauptstadtforum diverse Preise für den Nachwuchs und für besonderes Engagement im VDE. Der Wettbewerb um die besten Köpfe treibt auch Dr. Martin Lieber um. Er ist seit dem 1. Oktober unser neuer CTO, also unser Chief Technology Office. Mit seiner tiefen wie sehr breiten technischen Expertise und seiner großen Erfahrung verstärkt er den bisherigen zweiköpfigen Vorstand des VDE. Wir in der VDE-Gruppe vereinen weltweit über 100.000 ehrenamtliche Expertinnen und Experten. Wir sind der neutrale Berater für Politik. Wir sind Sprachruher und Ratgeber für unsere 30.000 Mitglieder und Unternehmen. Und, hätten Sie es gewusst, wir prüfen jährlich rund 25.000 Produkte auf Herz und Nieren. Eine aktuelle Marktforschung aus 2022 hat übrigens gezeigt, dass das VDE-Siegel für geprüfte Sicherheit über 75 Prozent der deutschen Bevölkerung bekannt ist. Sicherheit von Produkten und Verbraucherschutz für diese Werte steht der VDE. Unser Netzwerk wächst beständig. Das gilt auch für unsere Follower in den sozialen Medien. Mittlerweile rund 90.000 Menschen. Oder für unsere VDE-Podcasts zur Mobilität, Stromnetz oder Gesundheit. Die Zahl der Aufrufe hat sich gegenüber dem Vorjahr verdreifacht. Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life. Und natürlich sind wir auch in der Presse und mit TV-Beiträgen in der öffentlichen Wahrnehmung. Und so habe ich eben ein Kabel, das ich für viele Gartengeräte nutzen kann. Wenn man keine Steckdose im Außenbereich hat, muss man aber trotzdem nicht auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Er ist tatsächlich ein Hoffnungssignal für den Erfolg von Wasserstoffzügen, weil es jetzt damit ein zweites Modell gibt. Die Prüfzeichen wie zum Beispiel das VDE-Zeichen sind dagegen neutrale, unabhängige Prüfzeichen. Wenn jeder konventionelle Heizlüfter über einen kürzeren Zeitraum angesetzt, hat hier einen deutlich besseren Effekt. Ein anschauliches Beispiel ist das Best Practice zum Thema elektrischer Heizlüfter in der Energiekrise mit konkreten Verbrauchszahlen. Diese Kostenrechnung wurde auch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK geteilt. Auch bauen wir unsere Medienarbeit kontinuierlich aus. In diesem Jahr haben wir 90 Pressemitteilungen veröffentlicht. Diese haben wir auch über Social Media verbreitet, denn das Informationsverhalten und die Nachrichtenlandschaft sind weiterhin in einem starken Wandel hin zu stärker digitalen Formaten. Das zeigt auch der jährliche Zuwachs um rund 3.500 Online-Abrufe unseres Technologiemagazins VDE Dialog zusätzlich zu den 30.000 Print-Abonnentinnen und Abonnenten. Sie können also auch in 2023 mit uns rechnen. Der VDE bleibt auch weiterhin Ihr anerkannter, erfahrener und natürlich neutraler Partner. Für mich persönlich endete meine Amtszeit als VDE-Präsident zum 31. Dezember 2022. Aber selbstverständlich bleibe auch ich weiterhin im VDE-Netzwerk aktiv. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen bei zukünftigen VDE-Veranstaltungen. Machen Sie es gut und bis bald.